Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Destiny 2, wieder von mir, ich bin Exos und in diesem Video gibt es mal wieder den lieben Xur, der auf der ETZ steht, dieses Wochenende und zwar bei der gewundenen Bucht, hier wo ich gerade bin. Bei der gewundenen Bucht steht er immer wieder auf der ETZ unterwegs ist. Wir düsen mal ganz schnell hin, ich zeige was er dabei hat, gebe meine Expertise zu den einzelnen Exos ab und auch teilweise zu den legendären Sachen, die er dabei hat und dann hätten wir auch das Xur Video schon durch. Wir können hier nach vorne, dann hoch springen und hier oben haben wir eine Höhle, da können wir durch, kann auch auf der Seite einfach hochjumpen, wenn man das möchte, aber die Höhle ist der reguläre Weg, laufen hier durch und hier oben steht der gute Händler. Dabei hat er wie immer ein exotisches Engram, das machen wir dann am Ende auf, dann hat er die Traktorkanone dabei, ist definitiv eine Empfehlung, ist nämlich eine Schrotflinte im Powerslot und hat den Vorteil, dass es Feinde unterdrückt und schwächt. Das heißt, sie sind dann anfälliger für Schaden, ist für Strikes, ist für Dungeons, ist für Raids wahnsinnig cool. Es gibt immer wieder mal Momente, wo man die Traktorkanone im Raid dabei hat, um den Boss zu schwächen, dass das gesamte Team mehr Schaden auf den Boss macht. Dann stößt es die Feinde auch noch weg, man kann also Feinde vor den Klippen schmeißen, wenn man möchte. Grundsätzlich also die Traktorkanone in der Must-Have fast schon, sie ist wirklich cool zu spielen und sie wird immer wieder mal in verschiedenen Aktivitäten gebraucht. Wenn ihr sie noch nicht habt, ich würde sie definitiv holen. Ist zwar für PvE hauptsächlich ausgerichtet, aber kann auch ab und an mal im PvP Spaß machen, wenn man da unterwegs sein möchte. Gut, dann als nächstes die Glückshose für die Jäger und das hat einen relativ hohen Wert. Ich wechsle noch 67, wahnsinnig hoch. Von der Fähigkeit her, ich werde jetzt nicht alles vorlesen, ist es so, dass die EXO nur mit Handfeuerwaffen funktioniert. Das heisst, ihr könnt hier eine ganz, ganz coole Kombination mit Handfeuerwaffen machen, wo ihr den Schaden erhöht, wo ihr andere Boni rausholt. Könnt ihr zum Beispiel eben mit exotischen Handfeuerwaffen hier eine coole Kombination erschaffen. Was da alles möglich ist für PvE, PvE, PvP und PvE, Entschuldigung, das weiss ich nicht. Aber ihr habt hier auf alle Fälle, wenn ihr Handfeuerwaffen-Fan seid, eine EXO, wo man sagt, okay, da kann man coole Kombos erstellen. So lasse ich es mal stehen. Ich selber spiele die EXO nicht viel, aber ich weiss, dass es da eben ganz nice Kombos gibt. Dann haben wir Friedenswächter für die Titans mit einem leider nur 58er Wert, sehr tief. Hier haben wir den gleichen Effekt wie bei den Handfeuerwaffen, also ein bisschen andere Wertung, aber von der Kombinationsmöglichkeit her. Denn hier wird es auf Maschinenpistolen ausgerichtet. Ihr habt hier die Möglichkeit, dass Maschinenpistolen, ich mache ganz kurz den Sound von dem öffentlichen Event hier noch raus. Ihr habt hier die Möglichkeit, dass Maschinenpistolen nachgeladen werden, wenn ihr sie wegsteckt. Auch hier könnt ihr es gut selber durchlesen. Unter dem Strich, auch hier Kombinationsmöglichkeiten. Spielt ihr gerne mit Maschinenpistolen oder spielt ihr sehr gerne mit EXO-Maschinenpistolen? Könnt ihr hier coole Kombinationen für PvE oder unter Umständen auch für PvP aufbauen. Auch hier die EXO spiele ich selber nicht wahnsinnig viel, aber da weiss ich, es gibt auch hier Kombomöglichkeiten. Die EXO vom Jäger oder auch die EXO vom Titan sind beide aus meiner Perspektive kein Must-Have, aber Kombinationsmöglichkeiten sind das schon nice. So, Äonenseele für die Warlocks mit einem 62er Wert. Ja, schade, ging er besser. Wie ich es auch schon bei den anderen Malen gemacht habe, wenn er das dabei hat, der liebe Xur. Ich gehe nur kurz mit einem Cursor drauf, damit ihr es selber durchlesen könnt und erkläre, wie das Ganze aufgebaut ist. Es ist so, dass die Äonenseele gibt es für den Warlock, den Jäger und den Titan und wenn ihr im Team alle die anhabt oder zwei die anhaben, dann unterstützt ihr euch gegenseitig nicht unerheblich. Macht also durchaus Sinn, dass ihr sagt, okay, cool, wir sind zu dritt in einem Strike, ziehen die alle an und haben eine schnellere Aufladerate, haben einen schnelleren Heilungsboost und so weiter und so fort. Das, was halt alles drauf steht und könnt so im Team spielen. Es ist eine Team-Exo, ja, das lasse ich so stehen, ich glaube, das erklärt das meiste. Gut, bevor wir gleich zu den legendären Sachen kommen, Werbung in eigener Sache für meinen Werbepartner Holy Energy. Die machen nämlich ganz leckere und besonders fruchtige, ja, Energy-Getränke zum selber mixen. Ich formuliere es so, ihr könnt eine Dose bestellen, könnt das dann mit Wasser mixen, also ein Teil davon natürlich, und dann habt ihr eigentlich selber einen Energy-Drink gemixt mit Holy Energy. Mir schmeckt sehr gut, besonders weil es eben relativ fruchtig ist und wenn ihr noch den Rabattcode einsetzt, könnt ihr sogar noch ein bisschen was sparen. Es lohnt sich da, also wenn ihr sagt, hey, finde ich eine coole Sache, will ich mal reinschauen. Es gibt auch Probe-Packs, die sind recht günstig, besonders mit den Rabattcodes und dann kann man da einfach mal durchprobieren. Und wenn man sagt, das schmeckt mir, kann man sich ja so eine Box bestellen, wenn man das möchte. Gut, das wäre es auch schon gewesen von der Werbung an dieser Stelle. Rutschen wir zu den legendären Waffen. Bei den legendären Waffen machen wir es so, wie wir es jedes Wochenende machen. Ich gehe nur ganz kurz drüber und wenn mir was auffällt, so wie zum Beispiel die Magenknurren, die mit Toben relativ gut ist, die anderen Wertungen sind in Ordnung, aber Toben ist ganz cool auf der Magenknurren, werde ich was dazu sagen. Da bin ich aber auch auf die Hilfe von euch als Community angewiesen. Ihr dürft gerne in die Kommentarspalte schreiben, was gut ist, was nicht gut ist. Weil da habe ich selber auch nicht den kompletten Überblick. Da unterscheidet sich PC und Konsole ja nochmal voneinander. Das heißt, gebt da gerne Feedback, so wie es auch in den letzten Wochen der Fall war. Da bin ich sehr froh drum. Und ein großes Dankeschön, dass es immer wieder Leute gibt, die sagen, okay, da schreibe ich mal kurz rein, die ist cool für PvE, die ist cool für PvP oder die ist cool für die Konsole oder was auch immer. Ja, danke dafür. Gut. Dann, ja, die sieht nicht schlecht aus, aber gibt bessere Wertungen. Fressrausch ist ganz cool, hat dann ein 7er Magazin. Ich habe sie früher sehr gerne gespielt. Wenn das Schwert noch... Ja, die Kombination... Wenn das Schwert grundsätzlich gut ist, ist diese Kombination eigentlich ganz nett. Also, die kann durchaus was. Aber da bin ich auf euch in der Kommentarspalte angewiesen. Dann haut gerne rein, was ihr als gut erachtet. Hm, voller automatisches Scout-Gewehr, auch nicht schlecht. Ist das ja was. Gut. Dann rutschen wir noch zu Falcon und... Ja, sieht so aus, als ob ihr zweimal den gleichen Perk drauf habt. Und Erzählung eines Toten. Alright. So, ganz kurz in der letzten... Im letzten Xur-Video wurde gefragt, ob ich die legendären Stats noch zeigen kann. Das ist immer ein bisschen ein Problem, weil das hier ist ein One-Take-Video. Also, ich nehme das alles in einer Session auf. Wenn ich dann den Warlock und den Jäger jetzt zum Beispiel auch noch zeigen müsste, dann müsste ich das zusammenschnipseln. Dann bin ich nicht so schnell beim Video, deswegen lasse ich das noch raus. Ich kann es gerne in die Kommentarspalte schreiben, dass ich sage, das sind die Wertungen. Aber am besten lohnt es sich eigentlich, wenn man selber kurz nachgucken geht, was da drin ist. Es geht den meisten, glaube ich, mehr darum, was man hier schönes alles kriegen kann von dem lieben Herren. Die Rüstungen sind teilweise schon wichtig, aber da müsst ihr halt selber kurz nachschauen gehen. Denn das geht leider nicht so schnell. So, 61er-Wert ist mir leider zu tief, obwohl... Ne, da haben wir einen 66er. 61er-Wert ist mir zu tief. Am meisten wie raus. So, das war es auch schon vom lieben Xur. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da und schaut sehr gerne bei meinem Werbepartner vorbei. Holy Energy. Eben, ich persönlich finde es sehr lecker, auch weil es fruchtig schmeckt. Holt euch die Probier-Packs, dann könnt ihr euch ein Bild davon machen, wenn es euch interessiert. Und mit einem Rabatt-Code gibt es dann auch noch ein bisschen was zum Sparen. Alright, das war es. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Livestream auf Twitch oder im nächsten Video auf YouTube. Bis dann.